Wenn es gut ist, dann können wir den Kanal abonnieren. damit ich die mitte abschließen kann ich beginne mit der roten prüfung die rote prüfung es könnte sich auszahlen wenn du hier sein können beweist wir haben 100 punkte ok ich dachte ich kann schon den sternschlag machen wie wenig zeit habe ich denn und und Das war's für heute. Hä, ich hab doch... Die zwei Sekunden kann ich auch wieder neu starten. Nur eine Minute habe ich Zeit für 700 Punkte. Das war's für heute. Scheiße! Scheiße! Ja! 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 Nein! Oh! Mist! Ich hatte es fast! Aber wie ist das genau gezielt mit... Einander... ... ... ... Das war's für heute. Mann! Ja, Mario, so wird es nix. Ach, ich bin doch blöd, ey. Wieso machst du nicht auf Pause, wenn ich dich drücke? Es ist machbar, bloß man braucht sehr viel Glück. Oh, was? Oh. 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 Das war's für heute. Oh, das war richtig knapp. Ja, komm, erzähl mir kein Bullshit jetzt. Ja, komm! Ja! 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 Was? Ja! Ich hab's geschafft! Oh Gott! Aber warum Rang C? Ich denke mal, man kriegt einen besseren Rang B, A oder S, weil man mehr Punkte schafft. Aber ich hab's geschafft! Nach 100 Minuten. Boah. Ob auch die anderen Prüfungen so sind, oder sind es andere? Oh nein. Aha, die gelbe Prüfung. Zeig, was du drauf hast. Es könnte sich ja lohnen. Beweise dein Können, indem du mindestens 500 Punkte erzielst. Oh Gott. Das war's für heute. Das war's für heute. Hey! Und wieso machst du jetzt? Ich bin dann nach links. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hallo, mach doch meinen Schmetterschlag! Fuck! Das war's für heute. Die Pongsa habe ich schon erreicht. Das war's für heute. 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 Ja, klar. Das war's für heute. 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 Nein! Ich schwitze voll in den Händen. Mario, was war das denn jetzt? Ich schwitze, ein paar Jahre später etwas über ihn. Du bist gut. Ich weiß gerade nicht, was das von ihnen war. Erzähl mir hier kein Bullshit! So wie ich das Spiel kenne, wird es am Ende wieder betrügen. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Ich werde es ein andermal versuchen. Also ich mache es sogar so. Gleich nach dieser Aufnahme noch eine weitere Aufnahme. Also, ja, die abonniert die anderen und abonniert da für mich. Dann wäre mir alles frisch an Johnson. Tschüssi Koski und bis zum nächsten Mal. Tschüss!